Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lada. Herzlich Willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lada Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien und Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures.